Einen wunderschönen guten Hallo meine lieben kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einem kurzen Vorwort zu diesem Video. Dieses Video hier gehört zu einer Videoreihe, die sich um Pokémon Trading Cards handelt. Das Ganze hier ist auch in der Playlist, die ist unten verlinkt. Das Ganze findet mit Dalu Card statt und das ist das dritte Video, wie ihr sehen könnt, dieser Reihe. Das gleiche Video aus Dalu's Sicht kommt auf Dalu's Kanal, das könnt ihr euch gerne nochmal angucken. Die ersten zwei Videos, da geht es darum, was in diesem Match hier als Einsatz gilt. Nämlich haben wir da Karten gegeneinander aufgemacht in dem Pokémon-Bingo. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann schaut auf jeden Fall mal vorbei, sowohl Dalu als mein Video. Zuerst Dalu's Videos, dann meine Videos. Das ist die Reihenfolge für dieses Opening. Ich hoffe sehr, dass euch das Ganze hier gefällt. Lasst gerne Bewertungen da und ich danke euch jetzt schon mal fürs Einschalten. Bis gleich im Video. Herzlich Willkommen Leute zu einem ganz besonderen Super Smash Bros. Ultimate 101 mit und gegen Items. Wir spielen heute ein ganz normales 101, wie ihr es halt auch so uns immer kennt, nur mit ein paar besonderen Regeln. Wir spielen drei Sets oder gegebenenfalls zwei, wenn einer 2-0 gewinnt. Mit sieben Leben, Zeit ist auf zehn Minuten gesetzt im Online, ihr kennt das ja. Und wir spielen um einen Preis, theoretisch, beziehungsweise einen Einsatz. Und mein Einsatz ist nicht existent, weil ich kann nur gewinnen. Und der Items, der musste was einsetzen. Und was es damit auf sich hat, er hält einen Sets gerade in die Kamera, ich zeige es euch gleich. Wir hatten ein Pokémon-Karten-Unboxing-Battle. Also wir haben Kräfte im Einklang gegeneinander geöffnet. Wer bestimmte Punkte hat, hat halt, oder wer bestimmte Sachen erfüllt, hat Punkte bekommen. Der, der die wenigsten Punkte bekommen hat, der muss die beste Karte, die er gezogen hat, dem Gewinner geben. Beziehungsweise um diese kämpfen. Und ich blende euch die beste Karte von Items ein. Das ist Chabelle und Mastikido GX aus, wie gesagt, Kräfte im Einklang. Die 191 von 1214. Schaut euch die Videos gerne an. Und wie gesagt, damit könnt ihr auch was gewinnen. Und um die Karte soll es gehen. Wenn ihr die Videos nicht gesehen habt, ist es für euch aber nicht ganz so schlimm. Denn es ist immer noch ein ganz normales Smash 101. Weitere Regeln sind, wir dürfen in diesen besonderen Battles, wo es um etwas geht, jeden Charakter nur einmal spielen. Wenn ich die Karte jetzt unbedingt gewinnen wollen würde, würde ich jetzt vielleicht meinen besten Charakter nehmen. Und wenn einer sie verteidigen möchte, würde er natürlich seinen besten Charakter nehmen. Der Charakter fällt dann für dich weg. Also ich werde, ich sage es jetzt, ich werde mit Wolf antreten. Das ist so ein Mittelding. Und danach darf ich Wolf nicht mehr spielen. Sowohl in dem Angriff als auch in der Verteidigung nicht mehr. Wir werden erst meine Map spielen, dann Items Map. Und sollte es 1-1 stehen, wird es noch eine Random Map geben. Ich hätte gern Hyrule Castle, die obere, erste Reihe. Hyrule Castle. Genau. Okay, das ist interessant. Besonderheit, was die Items angeht, Ulti ist an. Aber es gibt nur Poké-Bälle. Nur Poké-Bälle und Master-Bälle. Das ist, denke ich. Von mir aus können wir aber gehen. Dann lass uns doch mal anfangen. Curvy. Willst du die Karte verteidigen, wa? Wa? Ne. Das ist so Mittelklasse bei mir. Curvy ist so Mittelklasse. Ich werde 5 Minuten brauchen, um die Steuerung zu verstehen. Ich gehe direkt drauf. Okay. Schon verkackt. Okay, okay. Ich bin ready wieder. Das ist unhöflich. Wir kämpfen halt. Das war eine schöne Chain. Wir kämpfen halt nur aneinander vorbei, ey. Oh Gott. Oh, Ditto. Oh, nein. Wer haut hier aneinander vorbei? Oh, das war einer. Nein. Nein, ich bin auch noch in so einem Vieh. Ja, komm, irgendwas Gutes. Oh, nein. Natürlich war das so. Nein, das ist meiner. Das ist meiner. Ich will ihn nicht. Hier, nimm du ihn. Wir gehen. Oh. Ich habe ihn nicht aufheben können, weil ich mit den Buttons ein bisschen verwirrt bin. Aber jetzt habe ich es wieder. Natürlich hast du einen Kyogre. What the fuck? Ja, du hast hier so ein Elektro-Pokémon. Hey, Elektro-Pokémon sind super. Er kann mich immer noch runterholen. Okay, packen, üben. Okay. Nein. Das ist meiner. Nein. Ist der jetzt für dich oder nicht? Oh, fu. Oh, Alter. Sag mal, jetzt müssen wir im Zweikampf was machen hier. Oh, Mann. Oh, ich habe schon wieder Pokéball. Ich will ihn. Ich auch. Vielleicht ist es Masterball. Werf ihn doch zu mir. Alter, Miu. Danke. Und schon wieder. Nein. Geh mal da hin. Oh, du hast es ungehebt. Geh mal da her, Gott. Habe ich irgendwas zum Reflektieren als Kirby eigentlich? Oh, ich höre was links. Ja. Ja, nochmal mache ich es jetzt nicht mehr. Nein. Elektro-Pokémon. Dein größter Albtraum. Nein, er hat gedodged. Oh, was haben wir denn hier? Alter, hast du nur noch irgendwelche krassen oder was? Komm mal her. Oh, Mann. Oh, komm. Ja. Ja, weit genug. Komm, schieß, komm, komm, schieß. Oh, nein, das ist ein Ulti. Oh, krass. Land, man. Ich gehe dann mal. Oh, nein, das ist ein Tornado. Ich dachte, das ist ein Pokéball, ey. Ja. Jaul. Ey, ich habe das dumpfe Gefühl, das wird gar nicht so geil. Tu irgendwas. Danke. Das ist aber nicht das, was ich meine. Ich kann ihn aber näher bringen. Ich habe Angst. Tschüss. Hier ist ein Pokéball. Oh, der ist runtergefallen. Oh, nein. Was haben wir denn hier? Ich bereue nichts. Ein Meisterball ist immer schön. Oh Gott, was ist das? Oh. Das wird hier Osu gespielt. Nee, nee, nee. Komm schon. Ja gut, dein Meisterball war ja jetzt nicht so die Tröte. Nee, war nicht so. Oh, shit. Ich bin nicht. War endlich. Ich habe endlich einen Kill. Völlig selbstverdient. Das ist unhöflich. Ich habe nach oben geschlagen sogar. Ja. Der war nicht schlecht. Oh, abgezogen. Wo sind die Pokéwelle? Wenn man sie mal braucht. Da geht einer hier an meine Stelle. Ei, was geht? Ei. Kombo. Nein. Grahaha. Auf zur Jagd, Jungs. Hand is on, boys. Das ist meiner. Das ist meiner. Das ist meiner. Hier war doch gerade einer, oder? Da oben ist ein runtergekommen. In dem Moment. Gib ihn zurück. Ja, okay. Was ist denn heute los mit den Ultis? Nur Legis, oder? Oh, ja. Macht es mir aber auch nicht einfacher, weil mir ist das Bild nämlich auch falsch rum. Das ist halt echt unhöflich, das Pokémon, ey. Du hast den Ball gekriegt. Natürlich. Ist das noch ein Ulti? Was ist denn los, Alter? Du hast halt nur Legis. Ey, Kyogre und so weiter. What the actual. Oh, Mann. Da verfolgt dich den Schatten. Was? Da verfolgt mich den Schatten? Hier. Na, komm, Alter. Der Schatten hat dich gepackt. Die Ulti hat mich gerettet, ey. Da ist ein Pokémon. Das ist richtig. Aber weißt du was? Da ist doch einer. Nein. Das ist, wo bin ich? Der Uppercut-Bär ist richtig geil. Die Däne. Jawohl. Ja, ja, komm runter. Ja, gerne. Lass dich uppercutten. Der gibt den richtig uppercutten. Dein Bär, Alter. Dein Bär. Oh nein, 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 nein. Hier. Oh Gott. Ist das schon wieder? Geht noch. Ist nicht so geil. Leuchtet auf dem Ding drauf. Oh, ich hab ein Pokémon gehört. Nein, du hast den echt gehittet? Ich wollte gerade hier B hoch machen. Puh. Damit bin ich direkt. Ah, nein, 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 so wie noch. Nein, 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 so wie noch. Es ist ja... John, kommt da jetzt ein Meisterball runter, Mann. Oh nein. Den hatten wir sogar schon. Der kam auch schon aus dem Pokéball, ja? Ist jetzt nicht so geil. Hatten wir den schon? Ne, hatten wir nicht. Seinen Kollegen hatten wir noch. Er hat den Pokéball. Meiner. Nein. Nicht meiner. Noch ist meiner. Pokéball. Nein. Hörst du jetzt auf? Nein, nicht mehr ins Gesicht. Aua, Brunzel. Was war das denn? Oh, Scherox. Alter, schnippschnapp. Schere, Steinpapier. Gib ihm. Oh, oh. Elektro-Dude. Ja, komm, du machst das nicht. Du explodierst nicht. Nein, es war kein Fehlzünder. Aber da liegt einer. Nein. Oh, nicht schlecht. Der war gut. Der war gut. Oh, war das knapp. Das war der letzte, den ich hatte. Nein. Zählt das als meiner? Okay, ich habe einen Vogel, Alter. Der Vogel, mach dich. Easy. Tschüss. Tschüss. Nein, das ist mein Ende, oder? Ach, du warst schon so low. Okay. Ja. Lass mal. Nein. Okay, dann muss ich dich halt töten, bevor die Action hier stattfindet. Ich bleibe einfach so lange in der Luft, wie geht. Golden Curb. Ja, ich muss warten, bis das Ledgy weg ist. Ich kann ihn nicht angreifen, sonst. Kann ich das Ledgy da runterschießen? Du bist unverwunden, weil guck dich mal an. Oh, das wusste ich nicht. Jetzt nicht mehr. Du warst Golden. Golden ist immer gut. Oh. Ich bin am Anfang viel zu sehr auf die Poké-Belle gegangen. Ja, manchmal lohnt sich das aber auch. Ja, ich habe es gesehen. Das ist halt auch ein Unboxing, ja. Welche Map willst du auch? Ich hätte gerne die Brücke. Die von Zelda. Ja, die Brücke von Elden. Keine Special-Variante. Einfach die Brücke von Elden. Wo ist sie denn da? Das muss ja dritte Reihe oder so sein, glaube ich. Ja, hab schon, hab schon. Die Brücke. Da sollst du, da kommst du zusammen. Da geht es halt jetzt, da geht es halt jetzt wirklich nur noch um das gegenseitige Umkloppen. Ey, wieso? Waren wir doch auf der ESL jetzt da? Was haben wir gesagt? Ja, ja. Wir können auch sammeln. Wir können auch sammeln. Sonst musst du ja einen Maxi-Brief schicken, ne? Wäre ja nicht so gut. Warte, 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 warte. Hallo? Oh, fuck. Nein, der Brügler! Geh weg! Ah! Direkt in die Fresse. Der Brügel-Bruder, Alter. Weg mit dem Brügel-Bruder! Oh, Gott! Nein, ich höre den Pokéball. Nein, das ist kein Pokéball! Nein! Das ist doch schon wieder. Geh mal da hin. Juhu, was für eine Kombi, Alter! Oh, Leute, es ist deins! Okay. Ja, ich habe ja keine Möglichkeit, es zu blocken, ne? Okay, okay. Oh, nein! Da gehst du aber richtig hemmen, ja? Fischi, Mann! Oh, oh, oh! Das Togepi sagt Tschüss, ey! Togepi, danke! Juhu! Dein Meisterball ist runtergefallen! Oh, Leute, da kommt noch ein Wirbel raus! Nein! Oh! Knapp genug! Nein! Reingefahren! Oh! Du warst so ein Sport! Ist das ein Insta-Kill? Nein! An der Position, ich bin relativ weit links. Ich bin nach rechts geflogen. Ich habe Glück gehabt. Oh, yeah! Coco, war geil! Da war noch ein Alola, ey! Ach, komm! Wirf doch mal weiter, Alter! Dein Zahltag! Mach mal weg, die Katze, da! Ja, in die Katze geht Gassi! Ich bin weg, also ein Kokomeier! Dein eigenes Kokomeier hat dich gekillt! Ja, Mann! Okay, Deo, Alter! Was ist das? Ich habe keine Ahnung! Ein Leggy! Also ein Möchtegern-Leggy! Ich bin auch ein Möchtegern-Leggy! Gib ihm! Das ist ja eh die Nerven, das greift er all day an! Danke! Oh nein! Surfer-Ride-Schuh! Nein! Surfer richtig weg! Nein! Was ist denn mit dem Rides-Schuh, Alter? Das ist mit dem Rides-Schuh, Alter! Was ist denn mit dem Rides-Schuh? Was ist denn mit dem Rides-Schuh? Was ist denn mit dem Rides-Schuh? Was ist denn das für ein Tornado, Bobo? Oh! Möchtegern! Oh, ich habe zum Glück den einzigen Char, der den Dodgen kann. Natürlich ist das noch hier! Dann dodged du mal weiter, alle Pokémon! Nein, das ist... Nein, das ist... Nein, das ist... Wir machen die Gang einfach größer! Er ist ein Pammer, bitteschön. Ach, schade. Gebetet! Oh! Den habe ich mit Freude gefangen. Oh, leckig! Hat mir Spaß gemacht! Gehst du da bitte weg? Alter! Du bist abgezogen! Oh, das war verklickt. Das wird aber doch gut. Los, Pokémon! Pokémon! Flieg! Oh Gott! Ich habe halt nicht gesehen, was es war. Das war super krass gerade. Das hat mich fast gekriegt. Wow, was ein Kick! Oh, items! Wir müssen es ja hier spannend machen. Was bist du denn eigentlich für eine Katze hier? Die macht auch Sche... Ach, das ist die... Ach, das war die! Oh, das ist die Leggy sogar! Nein, der hat halt wirklich das Zuckabbein in der Pote! Wot der Herr! Und da ist die Ulti... Nein! Ist sie nicht! Ich will der Beste sein, so gut wie es keiner war! Ich werf den Pokémon in die Gesicht, ja! In die... Oh Gott, nein! Aber kein Bobo! Oh Gott, Raichu! Okay, das überlebe ich jetzt. Jetzt ist ja gesurft. Ich erwarte das ab, das ist kein Problem, ey! Da eben, weil die Pokémon haben wir hier im Größen... Oh nein, da ist schon wieder eine Maus, Alter! Oh, Kombo! Die, 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 ne! Jawohl! Wurzel, 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 Wurzel! Ja, gib ihm Damage! Oh, das geht nicht! Nein! Ich konnte nicht dodgen, das könnte nicht killen, oder? Nein, leider nicht! Die Ulti ist ranzig! Ja, aber 41 habe ich nur noch. Und Pokémon Flick! Blatillos! Nein, wir stehen noch heute! Wir stehen noch heute! Ich will nicht an der Seite stehen! Ich will nicht an der Seite stehen! Ich will an die Enten kommen! Wuuuuh! Und... Oh! Oh Gott, Alter! What the hell? Oh Gott! Darkrai! Oh, dann noch Notaro, geil! Jetzt kassiert er noch noch den... Meisterfrau! Oh Gott, Mönte! Pokémon Flick! Ich hab's halt nicht aufheben können! Er hat halt nur um sich gebockt, der Boro! Tschüss, Pokémon, mach's gut, ne? Auf Wiedersehen! Ich hab Angst! Das ist ja nett von ihm! Oh, Dankeschön! Dankeschön, Dalu! Ja, danke! Ich danke sehr! Ja, Mann! Guck mal! Dau! Da geh ich rüber! Nein! 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 Wo bist du hin? Nein! Dein Kuckowai hat dich im Stich gelassen! Nein! Ist das trotzdem einer? What? Wieso ist das trotzdem deiner? Ich hab' keine Ahnung! Ich hab' dich offensichtlich gehittet! Oh, jetzt kriegst du die Kicks! Und reingesprungen! In die Uldi-Buldi! Du bist ja schon gedodged, deswegen! Ja, ich hab' nochmal gedodged, gerade in die Uldi rein! Ja, das war eindeutig Schiebung! Oh, den Meisterball nehm' ich! Danke! Oh, Tau Tau oder so, glaub' ich! Oh, Tau Tau oder so, glaub' ich! Was ist das denn? Tau Tau sieht anders aus! Ah, nein, nein, das ist hier von Gen 7! Auf den... Bist du doof? Nein, ein Mozi! Ja, Mann! Ja! Ey, komm! Jaaa! Das dreht sich um, das Mist! Sie! Nein! Kyoko! Kyoko, gestoppt! Nein! Kyoko, du musst das regeln! Kyoko, du musst das regeln! Ist es nicht vorbei! Metacross, auf! Nein, nein! Pokéball! Gib ihm! Wenn wir sich der jetzt umdrehen, haben wir ein Problem! Ey, nein, 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 nein! So, so fangen wir gar nicht erst an! Ey, wir sind ungefähr auf gleich auf! Nein, der hat Pokéball! Er hat Meisterball! Was? Oh nein, das war das Viech, was auf einmal weg ist! Dark Raid! Nein, das ist... Oh, die Ulti! Ja! Oh, ich hab die sogar... Nein! Ja! Das könnte sein! Das ist es! Nein! Ja! Oh! 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 Nein! Super spannend! Oh Mann ey! Warte! Oh! Oh! Was zum Geil! Random jetzt! Ja, würde ich sagen! Random! Ja! Das wurde emotional Uff Eieiei Oder nein, lass uns nicht random nehmen Lass uns ne Pokémon Map nehmen Das find ich gut Was gibt es denn? Was ist denn die normalste? Die Pokémon Stadium mit den zwei Plattformen Die sich so transformiert Gibt's Gibt's diesen Pokémon Turm Der Prisma Turm aus XY Ich glaub, der fährt nur immer hoch Ich glaub, der erinnert sich nur der Hintergrund, oder? Wo ist denn der? Mittig rechts in der Sonic Map Also Sonic Map fast ganz rechts Auf der linken Seite gibt's einen Sonic Map Die kennst du sofort Und dann die dritte von rechts Das mal Turm, ja Ja, das, den nimmst du? Ja, würde ich nimm Ich hab die Karte schon gesehen Das ist jetzt so knapp, das ist aber auch krass Ich glaub, ich hätt in der Ulti mich nicht einmischen dürfen Am Ende war's die Gier Weil ich den Pokéball unbedingt wollte, hat er diesen Angriff gemacht Das war so ein bisschen Ammer Ammer Schrauben Hat das funktioniert Weg mit euch Dittos Gleich beide weg Das Ding hat den Pokémon und wirft den Pokémon! Alter, mein Dito ist krass. Jetzt hält es mich ja noch fest, bis ich geuppercuttet werde. Nein! Oh nein, Electromouse! Oh Gott! Nein! Geh mal da rein, so eine Elektromobe! Nein, das ist Meisterball! Ja, das ist Meisterball, die Plattform. Oh, Achtung, da ist ein Schatten. Ah, der ist immer noch da! Oh, so gelebt! Ja, aber das dumpfe Gefühl, das werde ich nicht mehr erleben! Oh shit! Nein, ich will das! Gib mir das! Nein! Oh, meine Wilde gewastet! Nein! 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 Girl! Hallo Mew, wie geht's dir? Hi, was geht? Meiner! Oh nein! Wie gut das ist! Soll ich dir was sagen? Kyokra zählt als Fischi. Ist jetzt ab sofort in den Bund der Fischis aufgenommen. Fischi! Fischi! Nein, das ist einfach cool! Jetzt stirbt! Jetzt stirbt! Doppel Pokémon! Was ist das? Abra! Das packt dich und wird dich wegbringen! Oh Leute, das ist ja wirklich so! Ähm, ich bin dagegen! Super! Enden! Könnt mich das Abra bitte wegbringen? Danke! Das hilft mir! Danke! Es bringt mich fast um! Korrigiere! Es hat mich umgebracht! Dito, was geht? Ja, endlich! Er wird geschnappt und weggebracht! Ich hab euch beide! Ich mach dich unter dir! Ich hab euch beide! Aber wenigstens pack die Eistüle dann erstmal nix! Oh yeah! Da ist ein Zapdos im Hintergrund! Aber das gehört zum Map, oder? Ich hoffe ja! Wenn nicht, hat einer von uns beiden Pokémon! Da war ein Zapdos! Alter, diese Bombe da! Das ist aber unnötig! Ich hatte gerade den Hammer draußen, ey! Tschüss! Was macht der denn? Ach, mich langsam! Okay! Nein! Nein! Eine! Überleg's dir! Da steht er wieder auf! Dann wollte ich nicht riskieren! Der macht jetzt bumm, Alter! Oh, ich bin da mal so... Oh, okay! Ich weiß nicht, ob das besser oder schlechter für dich ist! Oh Gott! Relax! Der relaxt! Ach, scheiße! Und ja! Ich wusste, das ist ein super Pokémon, das ich da jetzt verpasse! Jetzt kann ich dich da wie so ein Punching Ball gegen die Wand... Das war klar! Und das eine Pokémon brennt mal ein anderes ab! Das war klar! Ach, ey! Dein Wolfix hat halt echt Bock, ey! Voll Bock! Der frittiert erst mal deine Eistüte, ey! Warte! Oh nein! Da kommt ein Blitz runter! Ja! Da bin ich wieder! Loll! Kommt der gechargt? Nein! Oh, der war nicht schlecht, hä? Der war super! Abracadabra! Kann ich das Abra fressen? Die kann ich nicht! Dreimal schwarze Katze! Weeeee! Scheiße, ich hab's riskiert, das richtig zu time! Ja, komm! Uppercut-Bär! Ja, und jetzt kommt noch Uppercut-Katze dazu! Oh nein! Oh nein! Ich hätte dir das nicht lassen dürfen! Du hast ein Ulti! Du hast ein legendäres... Uppercut-Katze, mach das, Alter! Oh nein! Oh nein! Den Damage gibt's! Oh oh! Wir haben so'n Boys! Legi auf einer Seite und super krasses Datiri auf der anderen! Los, Datiri! Gib ihm! Meisterball! Der kann mich retten! Nein, das ist deiner! Kyogre! Ich muss dich rausmachen! Schön warten, bis es boostet! Schön warten, bis es boostet! Ja, ja! Gehen wir da! Lass dir sein! Die fahren ohne dich raus! Nein! Ja, das tun sie wirklich! Oh oh, scheiße! Hey, weg mit dir! Nein! Nein! Hammer! Gott! Nein! Nein! Ja! Oh, ist die verkackt! Es ist golden! Es ist golden! Es ist golden! Wie lange noch? Mach die Scheiße! Der Pokémon Gott will mich schützen! Nein! Das ist nicht! Nein! 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 Das ist mein Ende! Das halte ich nicht aus! Das ist weg! Wie? Er lebt noch! Los, mach was! Jan Goldini! Hat mich das Fischi gerettet! Wie kann er das? Oh! So greedy! Ja! Ich bin durchgeklappt! Ich dachte, das ist ein massiver Boden! Oh, super geil! Alter, war das knapp! Letztes Leben bei beiden wieder! Superspannendes Match! Oh wow! Oh wow! Ja! 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 Wenn es euch gefallen hat! Liked und lasst ihn! Ihr könnt euch gerne die Karten anboxen und es auch nochmal anschauen! Schaut euch gerne aus einem Sicht! Geht gerne mal vorbei! Wir sind zum nächsten Mal! Und tschau! Ja, nimm du ihn! Wir gehen! Oh! Ich habe ihn nicht aufheben können! Okay! Nein! Ja! Ey, ich habe das dumme Gefühl! Das wird gar nicht so geil! Komm schon! Ey, gut! Der Meisterball war jetzt nicht so die Tröte! Der war nicht so... Oh! Ich habe endlich einen Kill! Völlig selbstverdient! Oh! Abgezogen! Natürlich! Ist das noch ein Ulti? Was ist denn los, Alter? Du hast halt nur Legis! Ey, Kyogre und so weiter! What the actual! Puh! Damit bin ich direkt? Ah, ne! Einen soll ihn auch! Einen soll ihn auch! Oh! Schon kommt da jetzt ein Heisterball runter, Mann! Oh nein! Den hatten wir sogar schon! Der kam auch schon aus dem Punkt gefallen, ja? Das ist jetzt nicht so geil! Deinen Kollegen hatten wir doch! Oh, war das knapp! Das war der letzte, den ich hatte! Du bist so ein Verbundmarkt! Ich fiel mal an! Jetzt nicht mehr! Du warst Golden! Golden ist immer gut! Oh! Ja! Aber Heister noch nicht! Heister noch nicht! Knapp genug! Nein! Nein! Die Katze gegassen! Ich bin weg! Hahahaha! Sein eigenes Kokoboy hat dich gekillt! Ich bin auch ein Möchtiger, Leggy! Hahahaha! Gib ihm! Kendo ist richtig nervig! Der ist gleich all day und! Der dodged überweiter an dem Pokémon! Nein! Nein! Das ist New! Den hab ich mit Freude gefangen! Das hat mir Spaß gemacht! Oh Gott! Ich hab halt nicht gesehen, was es war! Das war super krass gerade! Jetzt hab ich was gekriegt! Woah! Was zum Kick! Oh, Items! Oh Gott! Reitschuhe! Okay, das überleb' ich nicht! Jetzt hat er gesagt! Ich erwarte das ab! Das ist kein Problem! Oh Himmel! Der war 41! Schau dich nicht! Oh! Ich hab's halt nicht aufheben können! Er hat halt nur um sich geboxt! Der Pogo! Kokoboy! Nein! Wo bist du hin? Nein! Kokoboy hat dich im Stich gelassen! Das war einer die Schiebung! Oh! Den Meisterballjulich! Ja! Ja! Ey, komm! Nein! Ja! Das könnte sein! Das ist es! Nein! Nein! Ja! 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 Aber das dunkle Gefühl, das werde ich nicht wahrnehmen! Oh! Nein! Oh! Das ist meineuldige Waste! Nein! Curl! Oh! 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 Soll ich dir was sagen? Kyokra zählt als Fischi! Das ist jetzt ab sofort in den Bund der Fischis aufgenommen! Grahaha! Auf zu jagen! Dieses Grahaha! Und ich stehe! Das ist einfach hier! Ich stirb! Ich stirb! Okay! Könnt mich das Abba bitte wegbringen? Danke! Das hilft mir! Danke! Es bringt mich fast um! Korrigiere! Es hat mich umgebracht! Ich hab euch beide! Hallo! Ich mach hinter dir! Ich hab euch beide! Aber wenigstens pack die Eistüte dann erstmal nix! Eines! Überlegst ihn! Hahaha! Da steht er wieder auf! Dann wollte ich mich riskieren! Ich weiß nicht, ob das besser oder schlechter für dich ist! Oh Gott! Relax! Nee! You're relaxed! Ach, scheiße! Na! Aber klar! Hahaha! Und das eine Pokémon brennt ein anderes ab! Hahaha! 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 Ja, komm! Appercut-Ber! Ja, und jetzt kommt noch Appercut-Katze dazu! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Die fahrt ohne dich nur aus! Nein! Ja, das tut sie wirklich! Oh, oh scheiße! So greedy! Jaaa! Hahaha! 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 Undyblette! Hemp echt! Tja, Tja! Tja, Tja! Aufh讓였습니다! Tja, Tja, Tja!